Was ist das Life of Pi? Es bleibt ihm am Ende selbst überlassen, ob sie dann an Gott glauben wollen oder nicht, wie es immer ist, aber ich finde das Buch ist super, wenn sie, naja, ihre Zweifel haben am Leben oder woran auch immer und es ist einfach ein schönes Buch, auch für zwischendurch und genau.